Leute, ich bin euer Flinder.de und kommen wieder zurück zu Minecraft-Parsy-Zwei. Minecraft-Parsy Staffel 2 mit einer Neuerung und zwar mein Haus. Und meinem Haus. Okay, mit zwei Neuerungen. Ähm, ja. Ich stelle es euch vor. In 3, 2, 1. Bam, 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 bam. Mein Haus gleicht jetzt zwar einer Scheune, aber das finde ich sieht mega geil aus. Auch oben, wie ich das mit den Copwebs verbaut habe und sowas alles. Ähm, ja. Ja, ich finde das mega cool. Die Blätter hatte ich noch in der Kiste. Ähm. Ja, hier. Ich habe das mega geil gemacht mit den Copwebs. Also, guck mal, hier sieben, ach kack, ich habe ja meine Leiter für die Ansage ausgezogen. Ah, mein Gott. Ähm, hier von der Seite. Ich finde aber auch, mein Haus, ähm, hat beim Dach eine ätzige... Willkommen in Ihrem Heim. Äh. Willkommen zurück. Ja. Mein Name ist James. Ja, hör mal auf. Ich will jetzt mein Haus vorstellen. Ich habe auch auf meinem Dach so ein bisschen was anderes. Ich bin halt übrigens in geheimen Keller, wo er Leute foltert. Hä? Ich habe Schlageschuh hier. Jetzt hör mal auf. Also hier, hier wieder mit meinem Teppich halb ich jetzt auch unten. Das hat mir mega lange gebraucht, das zu fahren. Ähm. Denn hier oben, da habe ich so eine Glasstützen genommen, weil ich nämlich noch ein bisschen Glas über hatte. Warte. Nein, falsche Truhe. Ein kleines bisschen Glas. Ähm. So, und dann ist hier so mein Sortiment. Denn dein Erdgeschoss sieht viel besser aus jetzt. Wirklich? Ja. Hier sind so ein paar Rüstungsständer hier und auf der anderen Seite. Hier sind, äh, hier ist so Natur. Ja, hier ist Natur und sowas alles. Und Mob Drops. Hier sind, äh, Bau. Hier ist Bauzeug, was ich alles zum Bauen benutze. Hier sollen Erze hin, aber darum kümmern wir uns heute, ne? Ja, ja. Ja, Kinder-HD, darum kümmern wir uns heute. Ähm, für Erze. Und hier ist dann meine, so, also so, ähm, verfeinerte Baublöcke-Truhe. Mir fällt gerade auf, dass ich nämlich hier auch Leitern kann. Winn, warum ist denn hier Glas? Den ich auch hier drüben habe. Ähm, zack, zack. Meinst du das hier? Das Glas. Das hier? Ja, das Glas. Äh, das sind die Stützen. Und wenn man denn hier hochkommt? Wenn du genug Eisen hast, kannst du ja das mit irgendwie Eisengitter machen oder so. Ähm, ja, hm. Äh, wenn man dann hier hochkommt, dann hat man hier eben das, mein, ähm, mein Dach sozusagen. Und hier kann man sich dann... Nein, ich bin in den Kopf! Ich auch! Seher hin! Hä? Selbst wenn du mich nicht tust, tust du mich! Ja, guck mal, dann haben wir, dann kann man sich hier... Mach ich schon wieder! Dann kann man sich hier so hinsetzen und dann ganz einfach so einen Tee trinken oder sowas. Und dann eben, oh, hier ist eine Treppe. So, und dann eben hier noch dieses perfekte... Also, ich finde das echt geil. Und wenn, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr da zum Beispiel, wo mein Farbenkreuz jetzt gerade ist, auch ein, ähm, ein paar Glasscheiben, die gehören nämlich auch zu meinem Haus. Ähm, ja. Ja, hast du noch irgendwas vorzustellen? Also, schreibt euch auf jeden Fall in den Kommentar, wie ihr mein Haus findet. Ich habe hier auch so eine... Okay, Finn, komm mal mit der Kamera... Warte, warte, gleich, gleich. Ich habe hier auch so eine Stein... Nicht mein Haus zeigen, nicht mein Haus zeigen. Ich habe hier auch so eine Steinumrandung und deswegen... Ich gucke gerade mit Absicht auf den Boden, damit ich sein Haus nicht zeige. Ähm, Finn, komm mal runter in den Erdgeschoss. Ich muss die Mütter erst mal zeigen, wie es das Erdgeschoss verbessert. Gut, ähm, dann... Weil, wenn du von hier guckst... Warum fehlen dir so viele Teppiche? Guck mal von hier, guck mal von hier. Und dann wirst du gleich jeden Tag glücklicher sein. Nein, mach das mal wieder hin, bitte. Gelber Teppich. Ach was, ich weiß nicht, wo der Teppich hinkommt. Nein, du bist dumm. Ich bin 99 inkompetent und du bist 100% inkompetent. Eww. Also, guck mal eben auf den Boden. Ich bin auf den Boden. Navigier mich. Freut mir. Links, rechts, eine Lava. Kannst du gerade ausgucken? Also... Ein Amboss! Wir machen jetzt... Ey, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Komm mal her. Wir machen jetzt sowas wie ein Vlog. Du bist so Kameramann. Also, ähm... Hätten wir jetzt diesen Hütemod drin, dann hätte ich diesen Hut mit den vielen Kameras... Ja, also hier ist zum Beispiel so der kleine Vorderbereich mit Amboss. Ähm, wo man seinen Toten umbenennen kann, auf Banane zum Beispiel. Komm, 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 komm. Okay, dann kommt man hier rein. Oh mein Gott, kann das bei diesem Haus gar nicht passieren? Das ist so der kleine Eingangsbereich. Dann ist hier so mein kleines Kistensystem. Hier sind meine Öfen. Mhm. Hier hoch gehen wir bestimmt gleich. Hier sind deine Öfen. Das ist jetzt... Film, bleib mal stehen und guck zu mir. Das ist jetzt von... Was? Also, das hier ist... Folgt einfach mit der Kamera die ganze Zeit auf mein Skin zu. Ähm, ihr sozusagen, mein kleiner Schlafbereich hier hinten. Mhm. Ähm, also, ähm, ihr gebt hier halt meine Truhen. Okay. Die sind nach Romans Art sortiert. Schön. Äh... Oh, vor allem die Unterste. Ja, dann geht's hier nach oben. Also, guck mal... Film! Folgt mit der Kamera! Ja, Mann, nein! Folgt mit der Kamera! Und hier oben ist sozusagen das mit den Öfen, was du, ähm... Draußen hattest. Ja, aus draußen. Und hier geht's halt nach oben. Film, guck nach oben, wenn ich nach oben geh. Du folgst mir mit der Kamera. So, ähm, dann haben wir... Hast du hier noch irgendeine komische Kiste? Ja, hier ist noch eine Kiste, die ich umsortieren muss. Ja. Ähm, dann hab ich hier zum Beispiel, hab ich hier halt so einen kleinen Turm hier. Und da hab ich hier oben so eine Art Muster reingemacht, halt so, so halt so stützen. Mhm, mhm, mhm. Hab ich da drauf halt so... Und wie kommt man rein in den Turm? Ich bin nur da gefallen. Oha, warte, warte, warte. Okay, folgt mir mit der Kamera! Folgt mir mit der Kamera. Zackig. Hör auf. Ähm, so. Ja, wie kommt man da oben rein? Ähm, das muss ich nur ein bisschen... rumprobieren, wie ich das jetzt schaffe. Weil, ich hab nämlich gesehen, hier am Anfang ist ja so ein komisches Ding, wie man da hochkommt. Ja, ich denk mal, ich werd hier oben so machen und dann werd ich hier irgendwie so einen kleinen Bereich noch machen, hier vor dem Turm halt. Komm mal hoch. Ja, warte. Also, ich hab jetzt hier... Es hängt. Ich hab jetzt hier geplant, so eine Tür reinzumachen und hier halt so, so einen kleinen Bereich zu machen, den ich zubau, halt so mit dem Haus. Ach egal. Fing! Kamera! Erzähl, erzähl, erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl weiter. Und dann hab ich halt so ein Dach geplant, also, dass ich da so hochgehen kann oder kann ich so ein bisschen rausschauen? Ja, höher geht's nicht mal, so, ja. Also, ich probier da noch ein bisschen rum. Mh, du kannst wieder übernehmen. Ein sehr schönes Haus, ja. Mh, was wir heute eigentlich machen wollten, ist auf Minentour gehen. Minentour, Minentour. Oh, ich mach noch ein paar Spitzhacken. Yip! 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 Ups, aus Versehen. Ich hab auch noch ein bisschen... Ups, das war aus Versehen. TNT, was niemanden interessieren könnte. Ja, mit TNT können wir, äh, ein bisschen was sprengen, damit wir eine größere Rolle haben. Welches TNT? Mhm. Welches TNT denn? Das wollt ihr doch zu, äh, dingestens, das weiß ich. Welches TNT denn? Ähm, so, dann würd ich sagen, wollen wir uns Strip-Main und wenn wir irgendwas Wichtiges gefunden haben? Ich geh nicht Strip-Main. Und wenn wir irgendwas Wichtiges gefunden haben, den Zuschauern Bescheid sagen? Oh. Ja, okay, das heißt, ich fang schon mal an mit meiner Strip-Main, aber nicht auf deiner Seite vom Haus. Ich kann dir fünf Steinspitz sagen, da haben wir jeder gleich viel. Ähm. Habe ich Holz mit? Nein. Ja, komm, ja. Sonst gib mir eben fünf. Eins, zwei, ja. Eine Ahnung. Sorry, Leute. Gut, fünf. Das sind vier. Das sind fünf. Das sind vier. Ah, fünf. So, ähm. Du inkompetentes Stück. So, dann brauch ich noch mal ein bisschen Holz. Dann fang ich an. Dann fang ich nämlich an mit meiner Strip-Main und ähm. Ja, ich fang auch an zu Strip-Main. Ähm, so, noch irgendwas. Ja, hier sind auch noch ein paar Steine über von meinen Dingsons. Ich glaube, ich geh einfach mal. Los für den Fall. Nicht in mein Haus! Mh, 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 mh. Ja, komm mal rüber und ersetzt das mal. Hier bin ich einfach drinnen gespawlt einfach so. Komm mal rüber und ersetzt das mal. Das, 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 das sollst du jetzt machen. Ja, okay. Ich guck jetzt. Wie geht das jetzt? Eine Doku bei mich. Jetzt sehen sie hier ein Sky, ein wilde Skylife, was hier gerade ist. Mein Haus reparierend. Dieser wilde Skylife baut jetzt einen Holzblock ab. Was macht er nun? Ersetzt noch weitere Holzblöcke. Tschüss. Und jetzt muss nur noch der Teppich! Welcher Teppich? Oh Mann, ey, ich ersetzt den schon. Okay, gut, weil ich hab noch vier Teppiche in meinem Haus platziert, weil ich die per Zufall gefunden hab. Jetzt hab ich einen schönen Eingangsbereich. Einen schönen, oh. Einen schönen guten Tag wünsch ich Ihnen, mein Herr. Einen schönen Eingangsbereich. Deine Häuser sind immer hässlich, also. Ey. Warum hast du hier jetzt das? Was ist mit Parsi 1? Was ist mit Parsi 1? Halt die Kloppe. Mann, ey. Du hast immer mein Haus grieven musst. Sorry. Ich glaub, wir sollten mal eine Folge ohne Trolls machen. Ja. Das sollten wir echt mal machen. Ich hab nämlich in den Kommentaren gelesen. Wir sollten das echt mal machen in 100 Jahren. Nein, Spaß. Ich hol mal ein Glas von mir. Von dir vor allem. Von mir. Von mir. Ja, von mir. Das Glas hab ich dir gebaut, aber egal. Mr. Flindhardt, ey. Ihr wisst nicht alles über Finn. Er hat Geheimnisse. Komm mal auf so zu schreien, ey. Ja, geil. Du redest die ganze Zeit in das Ohr. So richtig so. Äh, 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 äh. Ähm. Alter, das kann doch nicht sein, ey. Oh Mann. Du, 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 du. Leute, das ist alles nur Spaß. Schon wieder schreist du so. Leute, ich schreie extra, damit die Leute das auch in ihr Gehirn kapiert bekommen. So, ich geh jetzt Strip-Mine, dann würde ich sagen... Leute, das ist alles nur Spess. Denn sehen wir uns gleich wieder, wenn wir eine Höhle gefunden haben. Yeah. Okay, Leute. Ich weile gerade ein bisschen weiter, habe ich hier gemacht. Ich habe jetzt 54 Cobblestone, 22 Kohle, eine Spitzhacke ist fast kaputt. Und wenn es stinkt. Und ich hab, äh, ich hab Gold gefunden. Sogar sehr viel Gold. Ja. Okay. Ja, das ist 5 Gold, das passt schon. Das ist sehr schön eigentlich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder was gefunden habe. So richtig getroffen. Leute, zwei Sekunden weiter. Ja. In der Höhle. Mit Eisen. Oh mein Gott, hier ist ein Lavasee. Ja, er ist schon ein bisschen weiter gegangen in dieser Höhle. What's down? Alter, Mann. Das ist so kacke. Jetzt habe ich mal eine Höhle gefunden. Du direkt. Oh, ich habe auch eine Höhle gefunden. Ja. Alter, Mann. Ich suche Diamanten. Da können wir uns nicht aufteilen. Wir teilen einfach alles auf. Egal was jemand findet, wir teilen es auf. Alter, wo war hier doch auch noch eben Eisen. Da vorne ist Eisen. Komm mal zu mir. Nein, wir gehen in verschiedene Richtungen. Nein, wir gehen in verschiedene Richtungen. Aber du musst nieken, weil du sonst runterfällst in die Lava. Ja, ich baue hier gerade noch mal ein bisschen Eisenärzt und sowas ab. Ich glaube, ab jetzt wird es sogar spannend. Was ist das? Ein bisschen spannend. Ne, 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 ne. Ein Hackbrötchen. Heckbrötchen. Meines funktioniert nicht auf Lava. Ach, dein Hackbrötchen, was du da machst. Okay. An der Decke ist nix, weil ich will diese Höhlen immer komplett durchforschen. An der Decke ist Eisenloch. So, bauen wir hier noch mal ein bisschen Eisen ab. Ich baue immer direkt alles ab, weil das einfach nur mega cool ist. Ich brauche Redstone. Wollen wir währenddessen mal irgendein Thema oder sowas ansprechen? Neues Projekt? Nein, kein neues Projekt. So persönliche Themen, sowas wie es dir schon mal irgendwas Peinliches oder sowas in der Schule passiert. Entweder oder Fragen. Ja, entweder oder. Ich könnte ja offline eben kurz gehen und dann so entweder oder Fragen rausholen. Ne, 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 ähm, hast du hier irgendwie, warte mal, warte mal kurz. Leute, wir machen mal einen kurzen Cut. So Leute, da sehen wir auch schon wieder. Ich hab natürlich noch ein bisschen Eisen gefunden und sonst nix. Ich hab wenigstens schon mal ein paar Erz. Wir waren da, wer, äh, ich frag mich, wie wir das überhaupt hinkriegen. Neun, wie viele Folgen haben wir jetzt? Sechs? Sieben, glaube ich. Sieben Folgen ohne einmal, ohne ein einziges Erz. Wir waren da teilweise noch mit den, ähm, mit den Dings und mit den Start-Equipment, was wir da hatten. Oh, oh, oh. Ich glaub ich soll... Oh man, Leute ey. Wie doof das immer ist, wenn man, ähm, wenn mitten in der Aufnahme auf einmal kommt. Ähm, du hast keinen Speicherplatz mehr. Äh. Äh. Ja, und, ähm, ja. Oh. Mein. Gott. Was ist? Diamonds! Alter. Aber Diamonds, Alter. Das sind einer der ersten Diamanten, die ich finde, glaube ich. Ne. Einer der ersten. Ah, ne, ne, ne. Tut mir leid. Das hätte mich echt sehr, sehr gewohnt. Ich hab die eine Welt vergessen. Eine OP-Welt, die ich löschen musste. Da hätt ich irgendwie über einen Stack Diamonds gefunden, irgendwie, ne? Wie viele Diamonds sind es? Äh, also ich seh gerade zwei. Eins, zwei, okay, das waren nur zwei. Na egal, wenigstens etwas. Ich mach meinen Diamonds so. Aber die hat ja nicht noch mehr gehabt. Obwohl... Ne, Verzauberungstisch! Ja, würd ich auch sagen. Aber wir bräuchten jetzt mal Obsidian. Mh. Mh. Puh. Scheiße, ich bin... Nein, ich bin wieder... Komm, komm, stirb, 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 stirb. Also die Diamonds weg. Nein, wir haben irgendwann einen Tabaretner. Ach so. Leute, ich bin gerade in die Lava gefallen, weil ich auf so einem Block, äh, einen Blockbrücke war. Für die Minden. Bin dann raufgegangen, zurückgegangen, bin mir in der Lava hingefallen. Vielleicht gibt's diese Kohle hier abbauen? Naja, das mach ich einfach irgendwann anders. Mh. Mh. Nein, ich bin schon wieder... Okay. Also wir haben Inventarbehalten immer aus, weil... Inventarbehalten immer an. Also nicht immer an, aber bei Höhlentour haben wir das immer an, weil... Wir keinen Bock haben zu sterben. Ja, wir keinen Bock haben zu sterben. Äh, okay, sterben, das können wir nicht verhindern. Und jetzt hab ich nur 25 Redstone, 2 Diamonds und 4 Eisen. Ich hab 6... Ich hab 6 Eisen, ich hab, ähm... Sneak doch. Äh, ich hab 6 Gold, 27 Eisen und 41 Kohle. Okay. Mehr loot als ich hab. Willst du mal... Oha, hier geht's weit runter. Willst du mit mir Minecraft spielen? Ähm... Du wirst übrigens bald... Äh... Wird übrigens bald einen Song rausbringen. Der heißt Witz mit mir Minecraft spielen. Diamonds. Leute, Brunadekabel. Diamonds, Gold. Wie viel Prozent hast du? Ja, ich hab 4. Okay. Diamonds und Gold. Was? Diamonds und Gold. Wie viel Diamonds? Zwei. Genauso wie du. Und Gold. Da kann sich jeder ein Schwert machen. Oder einer ein Schwert und der anderen ein Ding sind's. Ei. Sehr schön, wo ich hier langgegangen bin. Ich hab ein Schwert. Warum baust du jetzt auf einmal? Ja, okay. Dann steht der ein Charmantable in mein Haus. Okay. Ich hab ja den Amboss oder so. Ja, außerdem werden wir eh noch mehr Diamonds finden, denk ich mal. Auf dieser Minentour. Außerdem hab ich die ganze Bücher finden. Wie willst du denn? Versorgungstisch war besser. Ach du Heiliger. Warum? Weil ich dann wieder zu Hause bin. Hä? Aber warum jetzt schon? Weil ich gerade was machen muss. Ich will vielleicht ein bisschen auslagern. Gleich. Jetzt kommt erst der ganze Spaß, Finn. TNT Action pur. Ach, willst du jetzt mit TNT ein bisschen was machen? Finn, kannst du irgendwie sicheren Platz gehen? Ich möchte zu dir kommen. Dann können wir direkt da springen. Ja, nee, warte. Ich bin hier ja noch mitten in der Mine. Ja. Ich hab hier ja noch ein bisschen was. Was ich hier erkunden muss. Ich denke mal, wir werden einfach off-screen noch ein bisschen weiter hier in der Höhle bleiben. Okay. Sonst teleportier dich doch gleich einfach zu mir. Das funktioniert glaube ich gar nicht. Weil du hast Flint-Haluka-HD und das funktioniert irgendwie nicht. Dann mach ich das. Okay mach das. Mach ich aber gleich. Okay. Ich pack so lange Diamonds und so weg. Obwohl, ich mach mir schon mal ein Diasort. Nein, 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 nein. Behalt die Diamant für eine Spitzhacke. Okay. Ich hab Lardis. Alter, wir sind so dumm. Hm? Wir könnten auch einfach die 4 Diamonds nehmen und uns da raus eine Spitzhacke machen. Ja. Damit wir auch einen übrig. Ja. Aber dann bräuchten wir noch einen Diamond für eine... Für einen Charmin-Table, ne? Hey, jetzt müsst ihr eigentlich Angel im Bett wie im Feld drinnen. Oh nein, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Ach egal, ich hab hier ein bisschen Holz mit. Mach ich einfach so. Was hattest du jetzt ohne mich gemacht? Ich hab dir 5 Steinspitzhacke gegeben. Ja, aber ich brauch eine Eisenspitzhacke. Findest du ein kompetentes Stück. Das ist ein Drophorn, kein, ähm, Ofen. Drophorn-Ofen sehen sich auch so fast genau ähnlich. Naja. So, ähm... Ich will 3, das heißt ich mach so. Willst du mit mir Minecraft spielen? Willst du mit mir Minecraft spielen? Nein. Oh, Mann. Ja, nehmlich. Hello, Dinosaur. Ich glaub, ich sag so. Also, ich hab ja, ich hab ja mal so ne, ähm, Frage. Ja. Ähm, in welcher Welt würdest du lieber spielen? In der Welt von Minecraft oder in der Welt von GTA? Also, warte, bevor du antwortest. Ähm, es gibt bei beiden eben Vor- und Nachteile. Bei, ähm, GTA kann man zum Beispiel sagen, äh, ey, Bro, also, give me my car, give me the car, Bro. Und du kriegst das einfach. Kannst ihn raushauen und du kriegst das. Ähm, du kannst auch in, in, aber in Minecraft, na, da bist du eben immer viereckig. Hm. W-was? Glaub ich was so wie. Ja, aber was ist, wenn du in Minecraft, ähm, ne Wurzel von eins willst? Hahaha. Ne Wurzel von minus eins. Ne Wurzel was? Ne Wurzel von minus eins. Lol, du bist bei mir. Hey, das ist mein Reds- in mein Lapis. Och egal, wir teilen das ja eh auf. Warte, warte, jetzt kommt TNT Action. Na, drunter war zwar noch Reds, aber egal. Ja, ach, was, will ich ja auch damit abbauen. Hast du keine alten Spitzhacke? Nein. Warum ist hier jetzt auf einmal Wasser? Eilen, geben. Püppier, 3, 2, 1, und wegrennen, wegrennen, wegrennen. Ich bin noch dahinter. Wir haben gerade ein halbes Herzschaden bekommen. Und das Woodstone ist getropft. Aber das ist doch bei Woodstone. Ich kann es nicht aufsachen. Egal, noch mehr sprengen. Oh nein, nicht noch mehr sprengen. Alle, du... Geh lieber weg. Ich gehe mal ein bisschen hier so. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Du kannst ja hier sprengen. Sprengung, 5, 4, 3, 2, 1, go, 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 sehen. Okay, ich spreng mich in die Luft. Nein, 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 nein. Wenn dieses Video drei Likes bekommt, dann spreng ich mich in der nächsten Folge in die Luft. Okay, also in der nächsten Folge, wo wir schon sehen, weil wir nehmen immer sehr viele Folgen hintereinander. Und die Folge nennst du Skylife, sprengst du dich in die Luft. Oh, ich bin gerade fast in die Lava gesprungen. Und bei fünf Likes sprengt sich Finn mit mir in die Luft. Nein. Doch. Ich dach nix. Finn, du wirst sowieso gesprungen sein. Also, wegen der Frage nochmal wieder hin. Minecraft oder GTA? Ich glaube, ich würde sogar GTA nehmen. Also, ich würde... In GTA gibt's geile Sportwagen, Finn. Ja, ihr müsst wissen... Ja, ihr müsst wissen, Leute, ich bin ein... Ultra, Ultra-Auto-Fan. Ja, ich bin echt ein super, super Sportwagen. Totaler Supersportwagen-Fan. Und, ähm... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da passiert hier fast gar nichts. Gib mir ein Begriff ab. So, wir können die nächsten... Oh, ich hab ein Foto bekommen. Ähm... Oh Gott, Redstone! Ich baue das ab. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 5, 4, Hallo, ich muss das Redstone noch abbauen. 2, 3, 2, 3, 3, 3, Bin. Was ist? N. Oh, bin schon dabei. Alter, könnte es echt sein, dass du hier schon alles erkundet hast. Und könnte es sein, dass hier das eine Lava-Loch war, wo du dreimal reingefallen bist. Nein, 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 ich zeig, wo die Stelle ist. Nein. Da ist so viel Kohle und sowas. Da, da vorne ist die Stelle. Guck, da bin ich hier. Einmal hier reingefallen. Au, au, au. Und einmal hier reingefallen. Au, au, au. Ich bin wieder fast tot. Oh. Nein, ich bin auch in Lava. Dann soll ich etwas Verrücktes tun. Nein, ich hab ein Herz. Ich bin tot. Nicht zu mir, tippe. Nicht zu mir, tippe. Nicht zu mir. Ich tippe mich zu dir. Okay, jetzt kann. Es hat funktioniert. Die Lava wurde nicht aufgesprengt, aber jetzt ist da ein größerer Weg. Skylife. Alter, hier ist ein tickende Zeitpombe. Oh mein Gott. Wenn die Lava das zündet. Reinfallen. Rennen. Oh, fuck. Was gehen wir eigentlich ohne zu sneaken lang? Zu sneaken. So, ist hier der Weg. Alter, habe ich einen Eimer? Alter, da kann man doch gar nichts machen, oder? Ich zünde noch nie. Was ist, was ich jetzt mache? Scheiße, ich habe eine Spitze. So, nehme ich eine Steinspitze. Oh, du bist so blind. Was? Das sind Diamonds. Leute, da waren die Diamonds. Da, genau da. Oh, also hast du jetzt einen damit übersehen, oder wie? Oh. Hier, habe ich ihn abgebaut. Finn, das wird in die Hose gehen. Das sage ich dir jetzt schon. Warte, 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 ich komme eben zu dir. Scheiß Wasser, lass mich durch. Finn Challenge. Ich muss es überleben. Was denn? Das klingt schon mal sehr, sehr schön. Okay, Finn. Ach du, da sind 5, 6, 3 und Tee. Das sind mindestens 20. Ach du, ich. Finn, geh zurück. Tschüss. Und, ey, jemand, der kam auch auf mich zu. Finn. Finn, hier. Oh, 5, oh, 5, oh, 5, oh, 5. Ich habe 2 gezündet. Hier ist aber alles explodiert. Oh, Alter. Ich würde sagen, schwimmen. Nein, oh mein Gott, oh, ich fände so gut. Hör auf, hör auf. Nein, fuck. Lol, es hat komplett gehangen. Und warum steht hier vor meiner Tür ein Rüstungssteller im Creeper? Mann, Mann. Du solltest dich erschrecken, Junge. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich bin einmal durch die Lava. Ja, teleportieren, wohin, Skyläufe. Wow. Ich wollte, dass du in die Lava fängst. Neues Bad Rock. Mein Bad Rock. Ich brauche jetzt Bad Rocker. Warte, Finn. Warte, 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 warte. Nein, keine Zeit. Ich muss Bad Rock abbauen. Ne, Mann, Spaß. Finn, ich bin ein Superheil. Guck mal hin. Ah, cool. Guck mal hin. Ich kann Bad Rocker anfahren. Du bist im Creeper. Ich bin nicht im Creeper. Ich bin Magier. Ach, scheiße. Wenig würde sagen, Loch im Bad Rock ist da. Alter, du hast auch Loch im Bad Rock. Ein 4x4 Loch im Bad Rock. Ich habe 4x4 Loch im Bad Rock gewonnen. Warte, ich fliege mir jetzt rüber. Warte, ich mache das immer. Jetzt kannst du mal bitte aus dem Creeper rausgehen. Slash Gammel Mode. Null. Gammel Mode 2. Dann kann ich nichts verwohlen. Aber Slash Gammel Mode S. Ne, jetzt habe ich Aorts geschrieben. Ich bin der Autor in Korrigur. Korrigur. Korrigur, nicht Korrigur. Gammel Mode. Null. Ey, Finn. Er ist mich nicht alleine. Ja, warte, ich komme gleich. Komm mal mit hin. Ja, warte, ich muss nochmal das Gold hier abbauen. Könnte sein, dass jetzt gerade etwas in die Lava gefallen ist. Hier ist Eisen. Ja, das Eisen da oben will ich ja auch haben. Nein, hier unten. Kannst du haben. Nie, nimm das. Ich kann das nicht mehr abbauen. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Hast du echt keine von deinen fünf Spitzhacke mehr? Warum hast du denn jetzt gar keine Spitzhacke mehr? Nein, 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 nein. Das machst du jetzt nicht. Leute, wenn ich das tun soll. Leute, wenn ihr 50 Likes auf dieses Video knallt, dann spreche ich Finstel raus in die Luft. Nein, das hast du sowieso nicht mehr zu bekommen, 50 Likes auf ein Video. Außer vielleicht in einem Jahr. Und dann muss, Alter, Finn, wenn ihr zum Jahr machen will, so ein Oberpowerprojekt, wo du so mega das große Haus hast, und ich auch, und dann sehe ich so 50 Likes, oh, war das nicht die Folge, wo ich gesagt habe, bei 50 Likes, da muss ich... Einmal G. Nein, ich spiele auch. Ich bin aus der Welt gefahren. Und dann gucke ich das Video so im Jahr und merke so, oh, schau, das THC brennt und explodiert gerade. Oh mein Gott. Ich bin gerade gesprungen und bin in der Tierkirche gelandet. Kann man sich hier bewegen? Fast ins Loch im Bedrock. Ich würde sagen, Finn. Einmal G. Ciao. Ich stehe hier hinten, aber egal. Oh, die arme Redstone-Fackel. Das ist Larpis! Das war mal Larpis. Oh mein Gott, die Lava fließt aus der Welt. Die Lava fließt aus der Welt. Oh, ich bin krass. Und dann gucke ich das Video so in dem Jahr und merke so, oh mein Gott, 50.000 Likes. Dann muss die Quintze auch so in die Luft springen. Und dann ist der Haus so im Arsch, wenn du in die Welt kommst. Ich weiß aber, wie ich das mache. Okay, okay, okay. Wenn dieses Video, wenn ihr hier drauf 50 Likes schafft, springt er mein Haus. Ja. Ich habe eine Kopie. Ich habe eine Kopie von der Welt. Er hat immer eine Kopie. Ja, ich habe... Und selbst in einem Jahr hat er immer noch die Kopie. Ja, ja, ja. Finn, tippe dich nicht. Tippe dich bloß nicht. Ja, ich renne ja auch selber. Du darfst mich bloß nicht tippen. Wenn du wüsstest, wo ich gerade bin. Boah. Okay, das hört sich schon mal nicht so gut an. Warum müssen hier Leute direkt, wenn wir hier gerade aufnehmen, hammern? Genau. Heute müsste er hammeren. Alter, hier ist eine Sturz. Nein, 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 nein. Schreien. Halbes Herz. Du bist tot. Nein, bin ich. Wenn du wüsstest, wo ich bin. Na, na, na. Ich habe keine Blöcke mehr. Nur noch TNT. Ich kann mich mal nur noch mit TNT rüberbauen. Okay, Mann, ich ziehe es durch. Mann, hat es halt so leicht. Das ist meine Mutter. Mann, könnt ihr jetzt mal aufhören zu hammern, da? Ja, das ist meine Mutter. Ist mir noch egal. Ansage. Ansage an Robins Mutter. Nachher kommt so ein Dist-Track. Ja, Robins Mutter. Du bist so. Lol, lol, ich bin in den Block. Ich bin in den Block. Und ich brauche mich gerade mit TNT rüber. Da sind schon um die 50 TNT. Frank, eins wurde angezündet. Fuck, 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 fuck. Wurde eins angezündet? Ja. Da fliegt einfach alles. Wip Höhle mit Loch im Bedrock. Ich wollte jetzt ein neues Loch im Bedrock. Warte mal, ich mache jetzt mal mein Minecraft zu. Aber Finn, ich habe wieder Blöcke. Oh. Ich mache jetzt meinen. Finn, ich bin so dumm. Ich hatte Blöcke im Inventar. Ja. Die Musik lass' ich mal und die Lautstärke hoffentlich ist viel zu laut. Finn, mach die Musik rein. Ja, dann solltest du ja nicht... Finn muss auf meine Stimme rausgehen, dass man das direkt so zusammenhört. Wenn so... Ja, bin aber eh zu faul. Wenn es zu faul gibt, in dem Video ein Like, damit ich's einhaus in die Luft sprennen kann. Ja, nach dieser Folge werde ich direkt ein Weikappen machen. Äh, ich mein, ich hab schon ein Weikappen. Was war das bitte für'n Bug? Alter wir nehm schon mehr als 30 Minuten auf, fällt mir grad mal so auf. Okay Leute, dann würde ich sagen, das war für diese Folge, bis zum nächsten Mal, hau rein, bis zum nächsten Mal, nein, 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 jetzt halt doch mal die Klappe und du gibst jetzt nicht slash kill irgendwann, nein, 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 ich war gerade in der Höhle, an einer richtig guten Stelle, wir sind beide gestorben, tapier dich zu mir, das geht noch, ja toll, du kannst dich nicht zu mir tippen, weil ich mit der Leertaste heiße, Leertaste slash tp, alter Leute, dann würde ich sagen, das war's, wir werden noch zum Schluss nochmal, main gehen, ja, wir werden nochmal weiter main gehen, bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao, Leute!